alter zu klasse was alles gerade abging dass wir heute was geht ab leute wir waren gerade live es war noch unsicher ob das neue update kommt mit tauschen und der freundesliste die medaillen wurden eingeführt konnte man davor sehen und dann sind wir einfach mal live gegangen und während des livestreams ist das update gekommen tauschen und die freundesliste wurden aktiviert und seitdem ging es nur noch ab ich habe sogar die 200 freunde überschritten ich habe jetzt noch drei plätze aber 50 anfangen oder so schauen wir mal ich muss auf jeden fall noch paar leute löschen ich habe sogar die geschenk das geschenklimit überschritten und zu viele geschenke für den heutigen tag abgeholt und ich kann morgen erst wieder abholen also echt zu kurz und eine weitere neugierigkeit sonnfell und lunastein haben gewechselt bei uns ist jetzt sonst verfügbar also geht raus und schnappt ihn euch muss ich mir auch noch anfangen und ja ich zeige ich jetzt mal ein paar eindrücke aus dem live stream so das erste mal wo alles live ging wie dann alles so abgehen momentan erst ab 40 verfügbar das wird auf jeden fall noch runtergeschraubt genauso wie bei den raids wann hat es angefangen 35 oder so und jetzt kann man ab level 5 werden also sobald man einen arena betreten kann also das wird auf jeden fall noch runtergeschraubt das hat er jetzt bereits so richtig hart geleckt und dagegen kaum noch was alle nicht 40er haben sich jetzt ausgeschlossen geführt aber denke mal das wird in den nächsten paar tagen dann definitiv runtergeschraubt wie gesagt jetzt ein paar eindrücke und dann dann geht's ab ins bett kommt es heute oder ich weiß nicht aber wir haben das hier gerade eingefügt das ist ein indiz dass es gleich kommt vielleicht trade 10 pokemon medaille alles klar einmal mit einem trainer bester freund werden zwei und drei aja das geht ja noch dachte hier zu 100.000 ok was das hier 1000 kilometer durch tauschen ok das ist schon schwieriger wenn man keine internationalen freunde freundesliste ist schon da schau mal schau mal also ich sehe nichts kann man hier irgendwo was machen schau mal was die anderen so geschrieben auch geschenkt 1 tatsächlich geschenke sind da so dann muss ich wahrscheinlich echt neu starten geht los oben rechts freunde ok ein neustart das update kommt tatsächlich freunde ok jungs wo treffen wir uns ab 25 überstag 2 trainer code oh trainer code wer will mein trainer code von euch wahrscheinlich keiner mann also wahrscheinlich alle aber ich weiß nicht wie ich ihm geben soll ja friends tatsächlich friends hyperface dank für das abonnen willkommen bei uns so schauen wir mal bei friends add a friend play together with your friends turn up trade premier balls and power-ups for battles das mein Ding share my trainer code to add someone to your friend list enter their trainer code so das mein trainer code schickt mir eure anfragen die ersten 200 nehm ich an also wir sind nur 200 im chat also jeden xato danke für den abonnen willkommen bei den saftigen Freundesliste ist da Leute hier ist mein code das ist echt ein langer code übrigens alter was das das sind 8 12 äh 12 zahlen lol das ist ab level 40 ab level 40 warte mal ich muss das mal den anderen schreiben warte wir haben auch noch auch ich darf meinen rauch pokémon nicht vergessen ich glaube wir haben einen rauch pokémon verpasst das wäre klasse aber ich hätte mal ich hätte mal ein paar Kollegen hier moment moment 13 Leute ihr gauner 13 Leute haben mich geerdet hier schauen wir mal warte ich check erstmal meine Freunde ab und geschickt an Karaksa los geschickt geschenkt ich will sehen was man bekommt ich habe euch noch nicht mal angenommen ich muss euch alle erstmal annehmen und dann und dann geht's los at friend also warte hier so lucas klatsch dank für das abo willkommen bei uns okay es geht schon alles klar kann man hier nicht irgendwie mehr details sehen Domi willkommen imo honk danke fantasy lea ok ballerboy ok dandelion ok rabufo alles klar king holly willkommen egon94 therapy kaka klein marlon hä wie geht denn das ah ok das hat nicht geladen lechtenwald ok männer kor ho flex felix schau doch an felix so x player 290 an dieser peter danke horst icq 9 m 9 2 gmx star das 83 dp 1309 venom und jan das war es erstmal nee wir haben direkt weitere anfangen bekommen oh lechtenwald hat mir ein geschenk geschickt mein erstes geschenk von lechtenwald aus fleischer beim fleischer open saftig mein erstes geschenk und 5 ultra bälle 10 ananas und level 1 erreicht lechtenwald schaut an dich man so so all trade except mythical so ein paar geschenke checken wir auch noch ab so so spock alter was das für ein geiler stop ultraball und potion ok danke dir lucas so landy line ich krieg wahrscheinlich so viele anfangen zwecks geschenk ich kann nicht mal alle annehmen weil mein beutel irgendwann echt voll ist einfach 5 ultra bälle 10 ananas alter irgendwann habe ich echt zu viele ananas man jedes mal 10 ananas ja magi wir magi war oder mary war so 20 ananas seht ihr zu heftig so chronos dein geschenk nehmen wir auch noch schauts mal leute wir haben unser limit erreicht ihr habt zu viele geschenke angenommen zu heftig wurden Sonfeld wurde in norwegen gesichtet vielleicht haben die beiden wegen der Sommersonnenwende getauscht oh mein gott es passiert zu viel man jetzt muss ich dazu auch noch ein video machen alter leite geht ab es geht es ist zu viel los man es ist zu viel los 5 neue anfragen wir haben nur noch 10 plätze Leute nach dem nur noch 5 3 ich auf jeden gerade allein mfg max r so sechs plätze haben wir noch Leute ich weiß nicht ob ich Leute adden kann weil ich habe gerade ein paar Freundschafts anfang geschickt was ist wenn ich die jetzt voll mache und hier hätte vielleicht können die mich dann nicht mehr wirst du was ich meine dementsprechend muss ich mal ganz kurz warten bis die da ankommen so das war's von mir und dem neuen tausch update Freundesliste ist jetzt aktiv die meisten haben damit gerechnet dass es am Donnerstag kommen wird und wir hatten alle gerecht zudem Sonnfeld jetzt am Start und ab morgen RegiEis dazu habe ich auch noch mal ein Video gemacht was die besten Konter sind und wie viel WP ein hunderter RegiEis hat Checkt das Video auch noch mal ab und ja viel spaß beim traden viel spaß mit euren Freunden das war's von mir wir mal liken, subscriben, kommentieren Checkt die Analyse ab folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter Checkt den Shop ab und vergesst nicht Pokemon is serious business